Rani, Rani, Rani! Was willst du von mir, Köffi? Du hast keine Angst vor dem Wörterpupil? Nein, Köffi, das ist mit einer Menge Fantasie. Da passiert nichts. Welche Fanta? Fantasie! Was ist Fantasie? Fantasie ist Trinken und Süßes? Das ist Schauspielraum, die tun nur so. Ach so. Du brauchst doch eine Kamera. Ja, ja, ich weiß. Fantasie, ich kenn das. Oh mein Gott. Rani, bist du Moodin? Ja, ich will gleich Schäfchen sehen. Was willst du? Schlafen, Feier, Puppe, ja, Penn! Ah, schlafen. Rani, ich glaube, ich kann nicht in meinem Zimmer schlafen. Ich habe Angst vor dem Chucky, die Mutterpupil. Kann ich in deinem Zimmer schlafen? Ich habe Angst alleine. Ja, wenn du mich nicht stört beim Schlafen. Kein Problem. Ich, ich, du, du, du seh mich nicht. Mach das Licht aus, du seh mich nicht. Sieh dich doch jetzt schon schwer. Rani, das ist gemein. Das ist richtig gemein. Aber ich bin dran, ich schlafe bei dir schlafen. Guck ihn weiter in den Film. Rani, ich bin schon ein bisschen... Moodin! Ich bin schon kurz mein Freund. Ich kann nicht ohne mein Freund Teddy schlafen. Ich gehe schlafen. Kofi, du bist... Ich bin Moodin. Ich gehe schlafen. Ich weiß nicht, was ich zu dir sagen soll. Ich gehe schlafen. Mit dem Teddy? Ich gehe schlafen. Sei bezüglich. Ich gehe schlafen. Ich gehe schlafen. Oh, Kofi. 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 Das kann doch nicht wahr sein hier Köfi Jetzt hört doch mal öff zu schnarchen hier Scheiss Afrikander Ich will mich jetzt einfach noch sagen Chicken Wings Hast du Chicken gesagt? Ist 5 Uhr morgens Zeit für Chicken Oh ja genau Köfi komm Wir gehen Köfi komm wir gehen Richtung Wolken 10 Manni du Schlafwandel oder was machst du da? Wir wollen den Östen nach Afrika zurück Köfi komm Wir wollen den Östen nach Afrika Köfi Warum bist du so schwarz Riechst du was Riechst du was? Kofi Wie geht denn? Mal weiter Schrauben das ist Ungesund Riechst du was Kofi Ich ziehe jetzt Rone und Kofi richtig ab Ich bin ein Ehrenmann Ich bin der Boss Was geht Kofi Kofi Riechst du Ich will schon ein Handy, Kofi! Ich will schlafen! Das kommt von oben. Das kommt von oben. Ich ruf jetzt die Polizei an. Wer ruht, Robin? Ich weiß nicht. Dieser komische Pöle da. Ich ruf die Polizei jetzt hier an. Nicht Polizei ruf ihn! Doch, doch nicht. Hast du kein Papier oder was? Schnapp Papier, aber bitte ruf nicht die Polizei an. Ich mach jetzt. Ich mach das. Boah, ich habe jetzt richtig Bock auf Party bekommen. Entschuldigung. Stille Fuchs! Du bist dran! So, ich werde jetzt Ron anrufen. Bratje. Ich hab doch gesagt, ich mach das. Kein Problem. Kurva Ron Party, der geht immer Party. Der wird safe Party gehen mit mir. Ey, Oskar! Hallo, Ron? Ron, hallo Kurva. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin grad in Dubai. Du Ron, ich hab so Bock auf Party. Ich schwöre, Digger. Ich will richtig Party gehen mit dir. Feiern? Ja, natürlich bin ich dabei, Digger. Und danach bringen wir richtig geiles Rons Wochenende zusammen. Ja? Bringst du wieder 10 Flaschen Moe mit? 10? Ja, 10 Flaschen Moe bringst du mit? Digger, 10 Flaschen Moe. Klar bring ich mit, aber ob die bis dahin noch voll sind, bis ich da bin, weiß ich noch nicht. Geil, Brüder, wir sehen uns. Ja, Mann, wir sehen uns. Bis bald. Gute Nacht, Ronny. 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 Das war's! Gewissen. Boah. Psychologisch. W sú dich, muss man böse. Das war's! Gebiess? Was boit Dreständisch? Ja, zuerst du war's! Digga, das ist echt der Wüste-Tanzverbot. Damit peace, Leute. Das war das Gefühl. Das war das Gefühl. Okay, komm, mach das jetzt. Vielen Dank fürs Einscheiden, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei meinen Jungs, dass ihr mitgemacht habt. Immer gerne, Bruder. Dankeschön auch an Ron dafür, dass er mitgemacht hat, die kleine Szene. Feier ich auch nochmal, dass du trotzdem mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren. Kommentieren. Gefällt mir in Deutschland. Dodos Kanal abonnieren. Oscars Kanal abonnieren. Martin einfach mit Müll schmeißen. Wir brauchen euch auf Instagram abonnieren. Spaß, Spaß, Spaß. Und bleibt gespannt auf Folge 5 oder so. 6, 3, 4, Peace.